genau das was ich haben wollte meister dass der große himmelstrom wundervoll nördlich von hier das heißt es müsste jetzt irgendwas neues auf der karte geben oder auch nicht kleiner himmelstrom nördlich moment moment vielleicht mit ins schiff fahren ich habe gesehen oder ohne zweifel es heißt der meister zum großen himmel ist aufgekehrt stimmt stimmt ja dann lass mich doch mal mit dem schiff fahren wie komme ich jetzt zum großen himmelstrom salut ich weiß ihr seid beschäftigt wirklich ich werde ich will doch einfach nur zum großen himmelstrom ernsthaft oh man oh man was höre ich da dieser uralte böser gott es wird aufgetaucht was dass mich mal bitte jetzt daraus nördlich es ist nichts neues auf der karte eventuell müssen wir mit dem großen schiff da oben fahren ansonsten habe ich gerade kein blassen schimmer nördlich nö das bringt uns auch nicht weiter ach komm schon was ist das denn jetzt hier wieso gibt es keinen punkt irgendwo muss ich doch hinkommen das ist natürlich sehr sehr ärgerlich ich muss irgendwie ich muss irgendwo was übersehen haben westliches ende östliches ende östliches ende und zwei schläge müssen ausreichen weil das sind ja nicht wirklich starke gegner ja sag ich doch nicht meinst einschlag reicht aus ok du erledigst das das müssen wir leider einmal abwehren und die können ja einmal vergiften jetzt zu der ganzen kacke helfen wollte ich nicht unbedingt und das unterbrechen muss es noch irgendwie was geben ernsthaft wenn ich nur zwei kann ich in der ersten runde erledigen so zack ähm sechs fünf sollte ausreichen wundervoll leckere milch leckere milch ähm ach so jetzt bin ich hierher mann mit armband ah reisender wie kann ich euch hier mal für wettung an der sonne danken ähm passt man kritischen zustand vollständig stamm alles klar wir haben die sünde gerettet das heißt wir kriegen jetzt seine unterschrift sehr schön wir haben eine sache komplett quaterbar ehemann von quater kopftochter kann sich nicht wie seine frau durchsetzen ok ähm wundervoll hier genau hier unten waren die söhne so irgendwo fliegt nicht durch brauchen wir noch ein bisschen wolken sachen wie komme ich denn jetzt zum großen himmelstrom nehmen wir mal eine wolke mit oder muss ich zum kleinen himmelstrom das kann die mir sein und dann führen wir uns zum großen himmelstrom das hätte ich vielleicht eher machen soll nicht das ist okay da oben ist ja der ausgabe da oben ist ja der ausgabe da oben ist doch irgendwie so das ist es schon so ja ist ein leichter sink ich weiß was ist das denn jetzt so schönste witz hier oh ich habe ein gehalt das war nicht so toll ich habe dich egal jetzt bringe ich dich um zack 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 eins zwei ja einfach mal abblocken zunahme aus dann machen wir sechs fünf ich sagte 65 und mache 64 egal das sollte ausgleichen also das ist kein problem knospe ok nein 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 lass mich nur lass mich nur ich glaube ich brauche keine oder ich will gegen dich nicht kämpfen ja ist zwar kein problem ich weiß eins zwei zack du stirbst und die haben hier drei sechs fünf eins zwei und da sind wir down äh bei unseren kiefern nehme ich diesmal mit also brauche ich die wolken nicht das abenteuer buch oh man brauchen wir gut dass ich das noch behalten habe jetzt weiß ich auch wofür jetzt weiß ich auch wofür da kommen wir aber noch zu wir gehen jetzt direkt erstmal zum kleinen himmelstrom wird hier was ausgelöst nein er ist nördlich von hier mit dem lander fisch ernsthaft dafür ist er da dafür ist er da um ne ich glaube nicht es muss doch für den großen himmelstrom muss es doch irgendwie auch zum äh von kleinen muss es auch zum großen das ist natürlich jetzt wieder sehr ärgerlich ich bin zwar ähm jetzt nicht so informiert wie ich ich jetzt gerne möchte ich wollte mir ja auch erst nicht alles äh schon mal angucken das ist es nämlich aber jetzt ärgere ich mich umso mehr dass ich es nicht getan habe und jetzt bin ich wieder am verzweifeln weil nichtmals ein neuer punkt aufgetaucht ist finde ich natürlich gerade nicht so prickelnd und reichnackstern reichnackstern ja heute eigentlich sollte er nicht stärker sein als äh die anderen noch mal ein was ist halber damit falls es nicht klappen sollte wasserruf 1 ich lasse jetzt noch mal nach hinten wenn nicht dann muss ich mir gleich trotzdem noch mal das rest des videos anschauen oder den punkt wie man zum himmels zum großen äh äh himmelsstrom ha 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 time to boss er gibt ja auch nicht auf ne kann das sein leise 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 zack 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 hat abgeblockt ich glaub es nicht ähm eins zwei zwei kein problem trauben ok vielleicht gibt es da jetzt was neues ich hoffe mal auch hier ist nur einer ähm eins zwei was findet das hier wieder an boah ich seh da noch was da ist noch eine magnus kiste gewesen das sah ich jetzt erst kommen wir jetzt da hinten hin und wieso komm ich hier nicht weiter nördlich von hier aber es gibt doch keinen punkt oh komm schon es darf doch nicht wahr sein ey ganz ehrlich ich mach mal einen kurzen Schnitt ich glaub das nicht ey das ist doch ich hab jetzt mal er hat ihn zufällig gefunden und ähm selbst er hat im video gesagt wie soll man darauf kommen bitteschön jetzt muss ich irgendwie nur noch rauskommen ohne dass ich hier kämpfen muss es kommen ja noch zwei der ist nämlich auch genauso wie ich hier äh hergelaufen und war genauso verwirrt wie ich jetzt auch da haben wir immerhin was gemeinsam ich denke mal einige lachen uns bestimmt dann aus oder mich lachen sie aus hahaha ja so dumm ja wenn er sagt er ist nördlich von von der Stadt aus jetzt passt mal auf jetzt zeig ich jetzt mal wo nördlich bei ihm ist also gebürst nörd mit der ab die so eine unkorrekte sache echt hammerhart erstmal anstatt die da irgendwie noch einen Weg einbauen ähm hier auf dir den im der große himmel ist ja nichtmalos mehr im ne 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 da wie soll man da bitteschön drauf kommen Das sieht aus wie ein leichter Wettbewerb. Schnell raus hier. Achja, wir gehen immer noch mit. Draußen. So für euch ist es natürlich wieder ein paar Sekunden vergangen. Von mich. Ich muss eben kurz die Stimme suchen. Ging ja relativ schnell. So, lass mich mal in Ruhe. Och komm schon. So. 3-3 sollte reichen. Hat er nicht aufgepasst. 7-8. Machen wir da so. Warte mal. 8. Ich habe dich getroffen. Ich habe dich getroffen. Ich habe dich getroffen. Noch mehr als das. Ich nehme Pulpuk. Ein bisschen Geld schadet nicht. Ist zwar nicht mehr viel, aber besser als gar nichts. So. Anstatt die hier irgendwie, ähm. Jetzt sag mal jetzt. Jetzt hier so einen Weg hin bauen, dass da irgendwo nördlich wäre. Aber nein. Sie haben den großen Himmelschrum ganz vorne sind gepackt. Ja. Man muss zurück nach Skilake. Und dann zur Weltkarte. Ich könnte kotzen, ey. Wie soll man da bitte drauf kommen, wenn er sagt, es ist nördlich von der Stadt aus. Von hier. Ne, nördlich von hier. Großer Himmelsstrom. Ja. Was ist noch alles auf der Weltkarte versteckt? Und das Wichtigste ist, hier können wir wieder kämpfen. Und... Lass der Kuckuck noch alles machen. Auch paar neue Karten finden. Finde, wer macht. Neue Spiele. Ähm. Der ist ja wenigstens bald. So. Nicht Element. Stärkstar. Schwester. Was ist Sprecher und Wasser? Nein. Ich würde sagen, wir tauschen einfach mal das aus. Ja. Wir tauschen mal die ganzen schwachen Teile jetzt, was wir machen. Wind. Wasser. Wind. Was ist das? Passt noch alles. Passt noch alles. Passt noch alles. Wir könnten sogar noch das mit reinnehmen. Und sogar noch das mit reinnehmen. Und sogar noch das mit reinnehmen. neue Monsterkarten bekommen. Und natürlich musst du besiegt werden, damit wir hier da hinkommen. Und du stinkst. Hausiane. Acht. Acht. Uh. Die dann auch noch. Sechserschienen. Die gehen wir auf das Dreierschienen. Die gehen wir auf das Dreierschienen. Gut, dass ist ein Foto jetzt. Bist du jetzt besiegt schon? Heilige Geist! Magik! Bellen von Feind! Geist! Reaktion von deinem Krieg! Extreme Attack! Intermezzo! Das ist aber das Ende von dir. Finsterwahl Stufe 5? Okay. Und hier haben wir... Lichtboje. Können wir die irgendwie... verbrauchen? Licht... Haben aber nicht so viel. Ist aber nicht so schlimm.